Mr. Milgram, wurde bei Ihnen vor zehn Jahren Schizophrenie diagnostiziert? Ein normales Leben, das ist alles, was ich will. Das ist heutzutage schon normal. Wieso bist du denn hier? Meine Realität ist, dass ich depressiv bin. Ich glaube an dieses Verfahren und die Idee, dass wir alle irgendwann korrigiert werden. Ich bin krank. Eine dumme Idee. Für mich klingt das überhaupt nicht dumm. Habe ich dich gefunden? Oder solltest du vielleicht mich finden? Jedes Mal, wenn ich sie trenne, finden sie einen Weg, wieder zusammenzukommen. Vielleicht haben die beiden so eine Art kosmische Verbindung zueinander. Wir waren nur zwei Menschen, die aufeinander aufgepasst haben. Ich gehe nicht dazu. Ich gehe nicht dazu.